Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute gehen wir weiter in der kleinen, na Serie kann man es ja eigentlich nicht nennen, ne? Wir gehen nochmal das Video von Jeff Nippert durch, dieses Mal aber nicht für sein Rückenübungen, das findet ihr hier, wo ich nochmal kommentiere, wie er die verschiedenen Rückenübungen gerankt hat und kommentiert hat. Sondern das Ganze machen wir aufgrund eures Wunsches mal für die Brust und danach folgt dann auch mein eigenes Brustranking. Jetzt vibriert es und ich gehe dran. Und warum ich das mache? Es ist kein typisches Reaction, wo ich einfach nur sage, ist der doof oder ich empfinde Bankdrücken allerdings als besser, sondern es geht darum, auch einzuordnen, was seine Kommentare eben dazu sind. Wie ich diese einordne, was ich dazu sage und das sollte euch auch, und das kann ich immer nur wieder in jedem Video erwähnen, für euch das Interessante sein. Es geht also nicht darum, dass ihr eigentlich nur die letzten Sekunden reinguckt und schaut, ah, was sind für ihn die besten Rückenübungen und der hat ja nun mal Ahnung, also nehme ich die und mache meinen Plan damit voll, sondern es geht darum, zu lernen, warum. Denn dann lernt ihr mehr über den Sport. Ihr lernt, warum jemand zu dieser Meinung kommt und wo die Variablen sind, wo ihr auch von der Meinung abweichen könnt. Ich habe schon mal beim Rückenranking von ihm etwas dazu gesagt, wie er das Ganze rankt. Ich werde es jetzt hier nochmal ganz kurz durchgehen und euch sagen, wie er das gemacht hat, nach welchen Regeln er das gemacht hat, weil das gehört bei einer guten Ranking-Liste dazu. Wie kommt es überhaupt zu diesem Ranking? Was sind seine Kriterien? Er hat hier also drei Punkte, nach denen er geht. Zum einen ein Stretch bzw. eine gute Spitzenkontraktion. Das bedeutet, dass eine Übung möglichst eine Range of Motion hat, die beides erfüllt. Wohlgemerkt, nicht unbedingt eine große Range of Motion, das darf man nicht von der Strecke her damit verwechseln, sondern im Peak wirklich den Muskel stark kontrahieren lässt. Und, und das wird immer wichtiger, desto mehr wir an Studien dazu erfahren, einen tollen Stretch hat. Denn es gibt Übungen, die haben eben nicht so einen guten Stretch, weil sie eben nicht diese Range mit bedienen. Dann der zweite Punkt ist bei Ihnen, es muss sich gut anfühlen. Und hier merken wir, es gibt schon Platz für Individualität. Es muss sich für seinen Körper gut anfühlen. Und deswegen können wir auch nicht eine Liste, die er nennt, direkt übertragen. Obwohl, davon trotzdem immer, immerhin ist er noch ein Mensch mit menschlicher Anatomie. Sicherlich viel davon wahrzunehmen ist, aber nicht alles. Und das dritte ist, es muss eine einfache Möglichkeit der Steigerung geben. Es gibt viele Übungen, die lassen es nicht zu, dass man sich sehr gut steigern kann. Entweder man macht immer zu viele Wiederholungen oder man kommt zu leicht, wenn man schwereres Gewicht nutzt, ins Abfälschen rein. Oder man kann sich gar nicht so weit steigern, wie beispielsweise bei Klimmzügen oder bei Liegestütz. Bei allem, was mit so ein bisschen dem Körper zu tun hat, ist es natürlich schwieriger. Das sind die drei Dinge, aus denen er dann diese Liste formt. Gut, er hat es vorher erwähnt. Und jetzt steigen wir mal ein. The Hexpress. I'm not a big fan of these. First, you never get a big stretch in your pecs, because your arms never stretch out. They stay tucked in the whole time. And they don't offer maximum tension, because your triceps will take over. Er erwähnt hier als erstes die Hexpress. Ich wusste nicht mal, dass es so einen Namen gibt und dass diese Übung so genannt wird. Ich würde sie auch tatsächlich nicht als echte Übung titulieren, weil da ist schon der erste Unterschied. Ich würde nicht alles überhaupt in die Definition Übung reinbringen, vor allem nicht Übung für, und da müssen wir uns immer vor Augen halten, für den Muskelaufbau. Mein Kanal kümmert sich um den Muskelaufbau in allererster Linie, ums Bodybuilding. Das heißt, es kann sein, dass manche Übungen sicherlich auch gut sind, um fit zu sein, abzunehmen, gelenkig zu werden. Aber das ist dann eben keine gute Übung, um Muskelmassen sich anzutrainieren. Bitte immer im Hinterkopf behalten. Und Hexpress gehört für mich nicht zu der Definition einer Muskelaufbauübung. Ja, wenn jemand zum allerersten Mal Widerstandstraining macht, vorher noch nie was gemacht hat, werden sich Muskeln dadurch aufbauen. Und er wird Muskelkater haben und all das ganze Zeug. Aber kontinuierlich Progress aufbauen, verbessern, gibt es hiermit nicht. Vor allem, weil der Hauptstress auf dem Muskel ein isometrischer ist. Dadurch, dass wir zusammendrücken das Ganze. Es geht also nicht um das reine Hochdrücken, sondern um das Zusammendrücken. Und ja, wir haben dadurch einen großen Stress auf dem Muskel und ein EMG-Impuls würde wahrscheinlich ausrasten und in die Höhe schießen, weil wir eben diesen isometrischen Druck haben und jeder, der mal nur seine Hände aneinander hält und in der Spitzenkontraktion dann die Brust richtig kontraieren lässt, der wird merken, das sticht und brennt ordentlich. Heißt das jetzt, wir werden dadurch Muskeln aufbauen? Nicht so gut. Wofür die Übung, in Anführungsstrichen Übung, gut ist, den Muskel zu punktieren. Ich habe schon einmal ein Video dazu gebracht, wie man gut in den Muskel einfühlen kann, wenn man es sonst nicht tut. Und um sich einzufühlen als Warm-Up oder einfach nur, um es auch nochmal zu punktieren, ist das eine tolle Übung. Das funktioniert. Es ist eine Vorbereitungsübung, aber keine Muskelaufbauübung. Und deswegen wäre es auch bei mir ziemlich weit unten durch. Ganz nebenbei, wer sich für mich, ganz nebenbei, wer sich für mein Ranking interessiert, direkt ab in die Kommentare und dann folgt auch mal von mir eine solche Tabelle. Jetzt gibt es erstmal nur die Kommentare zu seinen. Dann erwähnt er die Kurzhantelüberzüge und sagt bereits schon, das ist ein bisschen knifflig und das empfinde ich auch so. Ich, und wer auf diesem Kanal gut aufgepasst hat bei all meinen Videos, der weiß das auch, halte viele Compound-Übungen, wie man sie nennt, also Verbindungsübungen von mehreren Muskulaturen, die damit einspielen, nicht zugehörig zum wahren Bodybuilding. Ja, man bildet damit auch seinen Körper und man kann wieder Muskeln aufbauen. Aber wir müssen uns vor allem darum kümmern, wenn unser Split funktionieren soll und unsere Regeneration auf Vordermann gebracht werden soll, dass wir den Muskel möglichst isolieren. Wenn ich dann Übungen dabei habe, die alle Muskeln wieder durcheinander werfen und ich kriege Trizepsmuskelkater am Rückentag und so weiter, bringt das nichts. Und genau das ist auch das Beispiel hier. Ich habe früher immer Trizepsmuskelkater bekommen, weil ich eben sehr schweres Gewicht von den Überzügen benutzt habe und dadurch der Trizeps belastet wurde. Der Trizeps hat da aber nichts zu suchen, außer ich trainiere nach dem Rücken noch den Trizeps. Ansonsten hat es mir alles durcheinander geworfen. Außerdem ist es auch eine Verbindungsübung, weil im ersten Teil einer sowieso schon nicht besonders großen Range of Motion bei den Kurzhanteln benutze ich den Latissimus, beim zweiten Teil die Brust. Manche tun deswegen die Übung zu dem Brusttag und benutzen auch noch ihren Lat mit und andere tun sie an den Rückentag und benutzen ihre Brust mit. Auch das gefällt mir überhaupt nicht. Und deswegen benutzt man auch ein sehr hohes Gewicht, ein unverhältnismäßig hohes Gewicht, weil man ja auch zwei Muskeln drin hat. Und auch das braucht man einfach nicht. Mit anderen Worten, diese Übung fällt auch bei mir komplett durch. Sie ist wirklich schlecht. Ja, ich zähle sie als Übung, aber sie gehört einfach nicht so richtig in den Rückentag oder in den Brusttag. Und wie hier, jetzt hat er sie bei Brust auch aufgenommen. Nein, ich spüre es hauptsächlich, wenn dann in den Latissimus und für die Brust ist es eigentlich schon fast wieder wie eine Hexpress. The Benchpress. My ranking might surprise you here. It offers high tension on the pecs, as long as you bring the bar all the way down to your chest. It's very easy to overload, and you can always add some weight over time as you get stronger. It feels good to me, although many people do complain that the Benchpress makes their shoulders feel a little cranky. So if it were just me, I think I'd probably put the Benchpress in S-tier. I credit most of my own pec development to this exercise. However, it is true that the barbell won't allow the pecs to get in quite as deep of a stretch as dumbbells do, since it'll come up solid against your ribcage. And based on my coaching experience, not everyone gets as much pec activation out of the Benchpress as I do. So for that reason, I'm going to hesitantly drop it back to A-tier. Und jetzt kommt er gleich zur Königsdisziplin Bankdrücken. Er sagt selbst, er würde sie sogar an der höchsten Stelle ranken, bei S. Das macht es aber, weil nicht alles ganz individuell nach ihm gehen sollte, auf A. Wenn er kann verstehen, dass es zum Beispiel nicht die größte Range of Motion dafür gibt. Tja, meine Meinung dazu, ich habe schon viel zu Bankdrücken gesagt. Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Für mich wäre es sogar wahrscheinlich eine darunter. Bankdrücken ist zum Beispiel für die Kraftentwicklung wahnsinnig gut. Halte ich für so ziemlich die beste Übung für die Kraftentwicklung. Und Kraft hat tatsächlich auch am Ende wiederum mit Bodybuilding zu tun, denn ihr könnt mehr Gewicht bewältigen. Und deswegen gehört sie für mich in den meisten Trainingsplänen mit rein. Darf man aber nicht verwechseln mit, ich halte sie für die beste Übung, um eine Brust aufzubauen. Das ist nicht der Fall. Dazu kommen wir später noch, was meine absolut Nummer 1 Übung ist für den Muskelaufbau in der Brust. Und das wird euch sicherlich überraschen. Hier ist es zumindest Nummer 1 Übung vielleicht für den Kraftaufbau, der den Muskelaufbau unterstützt. Aber nicht die Nummer 1 für den Muskelaufbau. Zusätzlich kommt hier noch eine Neigung zum Überladen. Wie viele da draußen kennt ihr, die eine furchtbare Technik haben oder nur ein, zwei Wiederholungen schaffen und den Rest spotten lassen, die einfach beim Bankdrücken ihr Ego ein wenig zu weit raus mitlassen? Ja, da kommt es vor allem hervor bei dieser Königsdisziplin, dass die Leute sich damit betteln müssen. Und dazu neigt diese Übung mehr als alle anderen. Zum Beispiel bei Kurzhantel-Bankdrücken wird man dadurch limitiert, dass die meisten Leute die irgendwann gar nicht mehr hochbekommen. Da müssen sie sich entweder helfen lassen, dann sieht es wirklich von Anfang an ziemlich dämlich aus. Oder sie lassen es ganz sein. Und da trennt sich dann eben die Spreu vom Weizen. Habe ich den Körper, der diese Last auch aushält oder kann ich eigentlich nur in einer bestimmten Range irgendwas drücken, damit es gut aussieht? Ein anderes Problem ist, wenn ich zu erfolgreich bin mit meiner Kraftentwicklung, dann werde ich hier ständig hohe Gewichte benutzen, die meinen Gelenken schaden können. Ja, dann hat man schon wieder, wenn man etwas weiser wird und älter wird, das Problem, dass man eher versucht, Übungen zu nehmen, wo man mit relativ wenig Gewicht das macht. Also genau das Gegenteil. In jungen Jahren will man immer das Gewicht pushen und definiert sich darüber. In den älteren denkt man, Mist, vielleicht mache ich eine Vorermüdung oder so etwas, dass ich das gleiche raushole, nur bei weniger Gewicht. Und das kann gerade beim Bankdrücken natürlich passieren. Das Schrägbankdrücken ist ähnlich, nur dass man hier noch mehr Belastung meistens auf der Schulter hat. Das heißt, auch hier, es ist schwer, mit einem Langhantel-Schrägbankdrücken wirklich die Schulter rauszulassen. Und deswegen kann es sogar sein, dass das noch ein bisschen schlechter ist als das eigentliche Bankdrücken. Negativbankdrücken. Jetzt kommt die erste Überraschung. Das Negativbankdrücken ist für ihn unter den Bankdrückvarianten, die jetzt besprochen wurden, die schlechteste. Und hier unterscheide ich mich sehr stark, für mich die beste. Er sagt zwar zu Recht, dass ein Nachteil ist, dass die Range of Motion etwas kleiner wird. Ja, das ist sie dabei. Allerdings, was er nicht nennt bei den Vorteilen ist, dass es den Muskelquerschnitt der Brust am besten trifft. Denn ja, genau, beim Negativbankdrücken haben wir eigentlich die meisten Muskelfasern, die damit aktiviert werden. Und nicht umsonst ist die Brust auch meistens, die sich nicht von hier oben an erhebt, sondern von unten an. Und da sammelt sich auch die meiste Masse immer wieder drin. Das heißt, für die Gesamtaktivierung der Brust ist es wirklich gut. Und ich habe in der ersten Hälfte meiner Trainingsjahre, immerhin über zehn Jahre, das als absolute Prioritätsübung gehabt. Und würde auch darauf schwören. Das unterscheidet sich schon sehr stark hier. Jetzt erwähnt er genau bei den Kurzhanteldrücken, Bankdrücken, das, was ich gerade gesagt habe. Die Leute, die Ego-Liften machen, können das bei Kurzhanteln etwas weniger. Das ist da schon ziemlich schwer. Oder sie haben eben ein, zwei Partner dabei, die ihnen dabei helfen. Das ist hier ein Vorteil. Noch ein Vorteil, man kommt in einen besseren Stretch rein. Noch ein Vorteil, ihr könnt die Handwinkel, die Handgelenkswinkel so gestalten, wie ihr es wollt. Wie es genau perfekt passt für euren Körper. Und seid nicht, wie bei der Langhantel, daran gebunden ist, nur mal eine bestimmte Stellung zu halten. All das sind Riesenvorteile. Ihr benutzt relativ weniger Gewicht, weil ihr natürlich einzeln weniger Gewicht bewegt. Ja, nicht beides zusammen gibt die Summe eures Bankdrückleistung. Nein, es ist meistens noch ein bisschen weniger. So, while the flat dumbbell press is just about an S-Tier, it's getting knocked down to A-Tier for those potential overloading issues in more advanced lifters. Und zusätzlich werden einige Hilfsmuskeln mit aktiviert. Jetzt kann man sagen, das ist ein Vor- wie ein Nachteil. Vielleicht will ich die Hilfsmuskeln gar nicht mit aktivieren, sondern einfach nur nach oben drücken. Aber ansonsten ist es natürlich auch ganz gut, wenn diese aktiviert werden, weil dadurch werde ich insgesamt kräftiger in diesen Übungen. Grundsätzlich halte ich Kurzhantelbankdrücken für eine wirklich gute Übung und kann ihm da nur zustimmen. Bei den Varianten Schrägbankdrücken und Negativ ist es ähnlich, nur dass ich hier die Schrägbankvariante von Kurzhantel drücken für nochmal wesentlich besser halte als das Ganze mit einer Langhantel. Also, alle Vorteile nochmal dazu, aber ich treffe wesentlich besser die obere Brust beim Kurzhantel drücken. Vielleicht genau, weil ich eben die Handgelenke halten kann, wie ich möchte. A good chest-pressed machine will give a nice deep stretch on the pecs and provide high tension throughout the range of motion. Unlike barbells and dumbbells, you're more locked in, which should help increase the mind-muscle connection with your pecs and give a massive pump. Machines are very easy to overload. You can always add some weight or a rep from week to week, and they have the advantage of being a little safer to push to failure than free weights. Assuming you have a good chest-pressed machine that ticks all those boxes, I really can't think of a downside from a muscle-building standpoint. And so the machine chest-pressed is our first exercise getting awarded to S-Tier. Wo ich ihm jetzt absolut zustimmen muss, das ist generell, wenn es um die unilateralen Maschinen geht. Großartig, um damit einfach alles aus der Brust rauszuquetschen. Sie sind gleichzeitig sicher, man muss nicht viel rumbalancieren. Und man hat dann auch noch die unilaterale Möglichkeit. Das heißt, man kommt in einen guten Stretch rein. Da gibt es natürlich verschiedene Varianten, verschiedene Maschinen. Da muss man gucken, welche besser passen, die voll im Liegen oder die mit einer gewissen Schräge noch versehen sind. Aber grundsätzlich halte ich diese Maschinen für absolut super und liebe sie. Hier vor allem die negative Maschine, so eine typische Hammer-Strange, finde ich, ist so ziemlich mit das Beste. Es gibt schon ein Video dazu auf diesem Kanal, in dem ich es erkläre. Aber hier habt ihr nochmal eine ganz besondere Range of Motion, nein, Bewegungsart drin, wo ihr die Schultern einfach nochmal mit nach unten kommen lasst. Und das ist einfach fast schon die ideale Bewegung für die Brust. Deswegen, darin habe ich so ziemlich das Beste Gefühl und wäre wahrscheinlich bis jetzt die am höchsten gerankte Übung. All right, Dips. Let's see. Massive Stretch on the Pecs. Possibly the best Compound Exercise I'm aware of for getting into a deep pec stretch. They offer high tension and there's many ways to apply progressive overload. You can do assisted dips and reduce the assistance weight over time. or you can do bodyweight dips and add reps or you can slow down the negative a bit more from week to week. And then as you gain more strength, you can use a weight belt to add external load. The only downside of Dips is that some people find that their shoulders get cranky if they do them too much, although I've never actually experienced that personally. But I will say, I don't think Dips have the smoothest feel. So despite many upsides, they are taking a slight hit in the feels-good-department for me. And for that reason, I'm going to put them in A-Tier instead of S-Tier. Bei den Dips muss ich ihm auch ein wenig widersprechen. Denn es kann sein, dass das wirklich eine tolle Übung ist für die Brust. Und von der Theorie her haut das auch alles hin. Aber ich kenne zu viele Leute, und damit meine ich über 50 Prozent, die viel in den Schultern spüren. Alleine, weil man eben eine sehr seltsame Drehung noch mit in den Schultern hat. Und selbst wenn man das rauslassen kann, man muss den guten, wirklich perfekten Winkel finden, damit es nicht zu stark auf den Trizeps geht. Und selbst dann hat man auch noch zusätzlich ein Handgelenksproblem. Denn man darf auch da nicht zu viel Belastung draufgehen lassen und muss sich zumindest gut drauf konzentrieren. Und sollte man all das geschafft haben, muss man meistens auch noch ein Gewicht unten dran baumeln lassen. Was das Ganze auch noch ein bisschen unbehaglicher macht, als es einfach nur an einer Langhandel zu haben. Also insgesamt für Anfänger, für Leute, die sich da nicht richtig stark mit einfinden, keine Sorglosübungen wie an eine Maschine gehen, einfach drücken und es geht schon auf die Brust. Nein, das passiert hier nicht. Und zusätzlich, selbst wenn man das Perfekte rausholt, ist sie, glaube ich, nicht besser als all die anderen, die wir bei A haben. Deswegen, definitiv, muss es weiter nach unten. Okay, what about push-ups? Bodyweight push-ups are nice, because you can do them anywhere and without any equipment. However, assuming you do have gym access, I think there are far better options for chest growth. The problem is that, once you get decently strong, you'll need to do at least 30 plus reps to get close enough to failure to maximize muscle growth. While you can have a partner add some weight to your back, the weight always feels a bit unstable for me. They are a decent beginner exercise, but I'm still putting bodyweight push-ups in seat here. So würde ich auch noch ein bisschen weiter unten ansiedeln, weil tatsächlich fürs echte Bodybuilding, wo man auch davon ausgeht, über Jahre will jemand zu diesem echten Bodybuilding-Körper kommen und nicht nur fit und durchtrainiert sein und dann da stehen bleiben, ist einfach das Problem da, dass man kein Gewicht draufladen kann. Zusätzlich für die Handgelenke der absolute Tod, wenn man es nicht mit Handgelenkstützen macht und dann hat man bereits schon wieder ein paar Hilfsachen drin. Also überall einfach nur machen, nein, tödlich für eure Handgelenke und ich verspreche es, die meisten von euch werden darunter leiden. Aber wenn man dann auch auf sechs, sieben, acht Wiederholungen gehen möchte, geht es einfach nicht. Ich war schon relativ schnell und ich glaube, das wird jeder von euch sein, der es ernsthaft macht, nach drei bis vier Monaten völlig raus, irgendwas mit Liegestützen anfangen zu können. Ich habe sogar schon mit 58 Kilo Körpergewicht bereits schon über 40 Liegestütze von Anfang an gemacht. Also da bringt es recht wenig. Die Range of Motion wird zusätzlich auch noch eingeschränkt, wenn man nicht noch Hilfsachen damit dazu benutzt. Also reine Liegestütze, wirklich keine gute Aufbauübung. Er macht dann auch noch einen Ausflug zu Defizit-Push-Ups, das ist genau das, was ich sagte. Dann braucht man aber Hilfe, warum nicht dann direkt wieder eine Bankdruckmaschine aufsuchen oder auch das Ganze mit Bändern. Habe ich auch was hier auf dem Kanal zu und es wird auch noch was zu kommen. Ist eine super Variante, um wirklich in einen mega Kraftbereich zu kommen, der wirklich 120, 130, 140 Kilo ersetzen kann. Aber auch da nicht genau zu vergleichen mit echtem Bankdrücken. Nicht der gleiche Stretch, wirklich viel Stress auf dem Körper, man braucht viele Hilfsachen, umständlich mit den Bändern. Wirklich nur eine Sache, wenn man nicht anders kann zu Hause. Und jetzt echt, er geht hier auf Pleometric Push-Ups rein. Dass das wieder da reingehört, das gehört überhaupt nicht mit zu Bodybuilding-Übungen. Das dürfte er eigentlich gar nicht mit auf diese Liste nehmen. Ich meine, ganz ehrlich, könnte man das dann nicht auch als Übung mit aufnehmen, wenn man Kurzhanteln hochwirft und wieder fangen muss als Bizeps-Übung? Ich bitte euch. Dann, sehr interessant, das nächste hätte ich gar nicht gedacht, dass es eine eigene Übung ist. Das Giotin-Bankdrücken. Da, wo man wirklich die eigentlich vermeintlich falsche Technik benutzt, aber mit großer Konzentration und wirklich nur erfahrene Leute dann doch irgendetwas da rausholt, wenn man so weit oben die Ellbogen hat. Im Prinzip total überholt, das so zu machen. Aber man kann es wiederum so machen, wenn man dann doch der Profi ist. Allerdings für mich No-Go. Die meisten würden es wahrscheinlich nur in den Schultern spüren. Die Verletzungsgefahr ist viel zu hoch. Sehr interessant auch, was er macht. Er bringt es von A, für den Muskel gut, auf F, doch am Ende zu gefährlich. Und das ist das, was ich auch vielmals gemacht habe in meinen Videos. Und hier dadurch ganz gut symbolisiert wird, von A zu F etwas zu tun. Kniebeugen, Kreuzheben. So viele beschweren sich, wenn ich mich über diese Übungen beschwere. Oder fragen sich, warum ist es denn jetzt doch wieder in deinem Trainingsplan? Genau aus dem Grund. Genau das, was er hier auch tut. Ja, für Muskelbilden ist es vielleicht ein A. Aber weil es so gefährlich ist, muss er es in F tun. Und genau das ist das große Problem bei solchen Übungen. Man muss sie können und auf eigenes Risiko gehen. Ja, dann sind es die gefährlichsten Übungen. Und ja, es kann viel passieren, aber wer weiß, ob das nicht genau das Richtige ist. So wie ich das gesehen habe, bei Markus Rühl war es das. Dann kann man auch nicht sagen, das, was er macht, ist dumm. Dann die One-Arm-Kurzhantel-Variante ist für mich auch wieder etwas, das gehört gar nicht hierhin. Das ist eine Sache, das ist eine Kunstfertigkeit. Da versucht irgendjemand sportlich sich zu aktivieren, irgendwas zu machen. Es ist keine Bodybuilding-Übung. Das ist nicht nur das Ziel, ich will möglichst Muskelmasse aufbauen. Insofern gehört diese Übung hier gar nicht rein. Nein, werte ich gar nicht. Runter damit. Es ist Mist, Blödsinn. Es ist ein viel Hass für einen Grund, aber Studien zeigen, dass es effektiv ist, dass es Muskelmasse auf ein paar verschiedene Übungen ist. Ich denke, es ist eine große Alternative zu der Standardbenchpress, mit allen den gleichen Übungen. Plus, ich finde, ich finde, dass ich die Smith-Maschine-Presse näher zu Verlust stehe. Diese gehen in A-Tier, mit der anderen Barbellpress. Bei der Multipresse würde ich sagen, das ist genauso wie andere Maschinen. Es ist eine geführte Art des Bankdrückens. Hat seine Riesenvorteile, weil ihr einfach nur drücken müsst. Und wenn es natürlich passt und die Sitzeinstellungen passen und ihr den richtigen Winkel trefft, super Sache. Es gibt eine große Strecke auf den Pecs, mit einer nice, smooth und ebenen Tension, während der Range des Motions. Sie fühlen gut zu mir, und mir eine solid chest-pump. Sie sind nicht ganz so conducive zu progressive overload als pressing movements, nur weil es nicht so schwer ist, aber Sie können auch noch ein Rappen hier und da, und focus auf Technik, so das ist nicht ein Deal-Breaker. Die nur downside zu diesen, ist das, dass bei dem Stand, Sie finden, dass die Kabel macht den Körper zurück, besonders als Sie stärker werden, das kann es nicht mehr stabil sein. Du kannst das für das, wenn es nach vorne geht, und nach vorne geht. So, while it's close to being perfect, it's not the most stable fly variation. And for that reason, I'm putting it in 8 here. Warum sollte man es sich so schwer machen? Ist man zu faul, dort irgendwie eine Bank hinzulegen oder dergleichen? Wer es dann doch macht, wird nie viel Gewichtskontrolle haben, weil man weiß nicht, wie viel man von seinem Oberkörper an Gewicht abnehmen muss. Außerdem wird sich dadurch, dass man die ganze Zeit gegenhalten muss und mit seinem Körper korrigieren muss, ist es keine Sorglosübung, wo ihr einfach die Wiederholungen durchhämmert und jede Wiederholung ist gleich. Nein, umso schwerer das Ganze wird, desto weniger könnt ihr euch darauf konzentrieren. Der Winkel ist mal vielleicht ein Stück anders, ein paar Grad nach oben und unten. Mein Perfektionismus tut sowas gar nicht gut. Außerdem weiß man auch nie, treffe ich die Brust eigentlich richtig? Ja, auch da wieder. Anfänger können daraus keine Sorglosübung machen. Die machen es sogar teilweise so ziemlich senkrecht nach unten. Welche treffe ich die Brust am besten? Fühle ich die Brust wirklich? Könnte ich sie anders besser treffen? All das weiß man nicht. Dann doch lieber einen korrekten Winkel, der immer gleich ist. Deswegen, die Übung an sich, kann man was rausholen? Ja, sag ich gar nicht. Kann sogar für manche Leute in A reinkommen. Aber in den meisten Fällen wird es nicht so weit sein. Und deswegen würde ich die viel weiter runter bringen. Gehört definitiv nicht da oben hin. Viel zu viele Variablen. Jetzt schlägt er das Ganze aber im Sitzen vor. Und da muss ich sagen, ist für mich eine der absolut besten Übungen. Mega guter Pump da drin. Tolles Gefühl. Und im Sitzen habt ihr genau die Nachteile, die ich gerade erwähnt habe, alle nicht mehr. Null. Absolut ausgemerzt. Deswegen, liegend, sitzend. Hauptsache euer Körper ist fest. Und nur darauf konzentrieren. Hammer. Dann natürlich die typische Butterfly-Maschine oder beziehungsweise fliegende Maschine. Auch die ist sicher. Ihr könnt eure Brust gut isolieren. Und ist wahrscheinlich die absolute Sorglos-Übung unter den Isolationsübungen. Macht Spaß. Ist effektiv. Also auch da definitiv kann ich ihm nur zustimmen. Und jetzt kommt einer der interessantesten Teile. Fliegende mit Kurzhanteln. Eine ganze Zeit lang war diese Übung unglaublich verschrien. Und auch auf diesem Kanal gibt es schon mehrere Videos dazu. Eines ganz besonders. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass es einen großen Nachteil gäbe. Und dass sie natürlich wahnsinnig gefährlich ist. Bei letzteren kann ich mich gar nicht großartig dagegen wehren. Ja, weil wir eine so krasse Belastung in der Dehnung haben, kann es wirklich eine gefährlichere Übung sein. Das muss uns klar sein. Das dürfen wir nicht überladen. Da können wir jetzt nicht sagen, wir nehmen mal einfach ein größeres Gewicht, schaffen nur drei Wiederholungen. Dann ist der Muskelabriss irgendwann da. Aber der erste Grund ist hauptsächlich, dass die Leute sagen, die Gewichtsverteilung ist einfach nicht besonders gleichbleibend. Oben habt ihr fast gar nichts mehr und unten habt ihr einen enormen Stress auf dem Muskel im Stretch. Jetzt, in den letzten ein, zwei Jahren, wie ihr schon erwähnt, kommt die Wissenschaft raus und sagt, der Stretch ist der wichtigste Teil für den Muskelaufbau. Und ja, dann ist das natürlich eine super Übung. Weil genau im Stretch ist die absolut größte Belastung. Perfekt. Insofern kann ich ihm nur zustimmen und finde das toll, dass er das hier trotzdem noch sehr hoch rankt. Vielleicht würde ich sogar noch höher machen. Aber er geht nicht dem Trend nach und sagt, das ist eine schlechte Variation, dann doch lieber die Maschine. Nein, es kommt in die gleiche Kategorie. Die letzten Übungen, die ihr alle erwähnt, muss ich sagen, das sind wirklich kleine Finisher. Das sind auch keine Bodybuilding-Übungen. Besonders mit der Kurzhantel. Wenn ihr da nach oben geht, da ist nur so wenig Brustaktivierung bei. Streicht das. Das ist vielleicht was für den vorderen Delta oder dergleichen. Lasst es einfach. Lasst die Finger davon. Das bringt relativ wenig. Und Bankdrücken auf dem Boden ist auch am Ende Bankdrücken. Nur, dass ihr einfach weniger Range of Motion habt. Also macht für mich auch keinen Sinn, diese Übung extra aufzunehmen. Und jetzt kommen wir zu seinen großen Siegern. Das S-Plus und natürlich das F-Minus. Was sind für ihn die schlechtesten und die besten Übungen? Kann ich dem zustimmen? Und er sagt zum Schluss, die absolut beste Übung für ihn ist unilaterales Bankdrücken an der Maschine. Und das wird so manch einen sicherlich überraschen und den Teppich unterm Boden wegziehen. Beziehungsweise ganz schön viel Zündstoff geben. Natürliches Bankdrücken an der langen Handel, die beste Übung. Das ist die Übung für die Brust. Ohne die kann man gar nichts machen. Nein, da wehrt er sich bereits schon gegen und nimmt die Maschine, die eigentlich dann für die Weicheier ist und sagt, das ist der Abstand, das Beste für ihn. Und da kann ich nur zumindest erstmal zustimmen. Es ist für mich nicht die Beste. Ihr könnt gerne mal raten und das fordern im nächsten Video, was für mich die Beste wäre. Aber definitiv kann ich hier nicht sagen, falsch. Denn das ist für mich auch eine der absolut besten Optionen, vor allem von den Grundübungen. Und dann sagt er natürlich aber zu Recht, das habe ich nicht mal als Übung drin, dass die Hexpress oder wie auch immer das genannt wurde, das Schlechteste ist. Für mich nicht das Schlechteste, sondern überhaupt keine Übung. So viel zu den Kommentaren zu seinen Übungen. Wer jetzt von mir das Brust-Ranking mal haben möchte, wo sicherlich auch ein paar andere Übungen drin sind oder manche auch nicht, der schreibt es in die Kommentare. Ansonsten schaut euch gerne mal das Rücken-Video jetzt direkt weiter an, wo ich seine Rücken-Rankings nochmal kommentiere. Und ansonsten abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr. Oder lasst mir ein Like da, wenn euch solche Videos gefallen oder auch Vorschläge in den Kommentaren für andere Dinge, die ich kommentieren soll. Bleibt mir nichts mehr übrig, außer tschö, bis bald, euer Gotti.